Und dann ist es hier. Es war wieder mal ein Win, Leute. Wir haben Master erreicht. Es ist wie ein Automat, wo du Geld reinsteckst, nur reinsteckst, nur reinsteckst und der gibt nicht. Scheiße, das ist hier. Ich bin after, Alter. Warum spiele ich denn noch ein Spiel? Warum mache ich das, Alter? Warum mache ich nicht einfach raus? Ich stehe jetzt hier in der Top 4. Oh, da ist ein S mit dem Schwert. Und da ist keiner. So, klasse. It's the first. Aber GG reinschreiben. Spiel ist vorbei. Oder Spiel ist gelaufen. Aber jetzt von Anfang an pure Dominanz. Mhm. Metamorphose. Mhm. Mhm. Aha. Der ist raus. Enchata und Lulu. Ich bin genau das. Die Seju hat mein Leben hier weggetankt. Wir scheppern, Alter. Wir scheppern jetzt einfach. Einfach scheppern. Und ab jetzt winstreaken. Ab jetzt einfach jede Runde gewinnen. Leute, merkt euch die Zahl 96. Guckt da ganz genau hin, hier. Das wird sich nicht mehr ändern. Geschichten aus dem Paulaner Garten. Es bleibt alles so, wie es ist. Ob die hier sind und nicht. die ist. Socialite. Aha. 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 Okay. Ah, C. Ah, C. Ah, C. Scheiße. Popi, ja. Ja. Da hat er kurz gedacht, er gewinnt. Kurz hat er es gedacht und zack. Mal kurz so getan, als hätte er eine Chance, aber hat er nicht. Hat er von Anfang nicht gehabt. Wusste er noch nicht. Dann halt Last Pick. Ich hätte gerne das Krit. Das wäre ziemlich nett, wenn das hier so ein Krit-Talon in dem es meine bleibt. Wäre durchaus freundlich, Leute. Durchaus freundlich, die Lobby. Durchaus freundlich. Ganz nette Leute. Ganz, ganz feine Kerle sind das hier. Puro Dominanz oder was? Gebe ich. Gebe ich diese Puro Dominanz. Geil. Geil, Bruder, geil. Gnar, Ori. Ektu. Gucken. Außer Clockwork. Striker. Striker? Und Irelia spielen? Ja. 6 Striker Irelia spielen? Ne. Ori bringt mein Cast. Ich würde eigentlich Ori und Gnar hier tauschen. Oder ein VIP Draven. Ein VIP Draven. Ein VIP Draven. Den kann ich da nicht. Den kann ich nicht spielen. Geht auch gar nicht. Ich würde das nicht machen. 4, 6, 8. Oh, warte mal. Warte mal. Warte mal. Ich habe doch mit Camille. 4 Score. 4 random 4 Cost Jamps. Das ist immer ein Seraphine. Ähm. Jory Platz. Relia kann weg. Morvik kann weg. Kommt. 2 Draven. Okay. 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 Wenn ich hier die Dings bringe. Die Camille. 3. Da ist noch ein Tal und der kann weg. Die kann weg. Okay. Brauche ich die Enchanter? Brauche ich die 3 Social Light? Ich habe halt Gnar 2 Seraphine 2. Wahrscheinlich eher Irelia spielen sollen. Wahrscheinlich eher Irelia spielen sollen. Wahrscheinlich eher Irelia spielen sollen. Talon 2 und Debonair Spot. Ich habe noch keine Rüstung bekommen. Äh. Das bräuchte eigentlich ein Rage Blade. Ich habe niemanden im Bogen. Gerade. Ok. Werde merkt euch die Zahl 96. Guckt da ganz genau in. Ich habe es probiert hier in Draven 2 zu drtm 2 hier wär brutal gewesen. zu early Seraphine 2, Draven 2 hier, das wird sich nicht mehr ändern hätten wir das mit der 96 geschafft so, sieht's eher nicht so aus Draven, greif an, Mann noch einmal ach, du Lutscher Draven, warum das war's mit den 96 so, jetzt schwimmen wir scheiß Morddog der hat uns gegrieft, Bruder wir haben hier alles gegeben alles richtig gemacht, von Anfang bis Ende schon seit gestern aber dann wurden wir gegrieft hier vom Morddog so, Rageplate bauen wir hier, Silko oder ein Jettz oder Last Whisper Draven 2 eigentlich bin ich kein Last Whisper Draven, das ist, aber scheiß drauf Draven 2 mit Last Whisper ist auch ein scheiß ist jetzt halt so, vielleicht kriegen wir noch einen Remover oder so der VIP Draven ist einfach zum Rohrn da, der ist einfach nur zum Rohrn gekommen er wird einfach nur Vollgas gegeben das Shepard, wenn der trifft, dann Shepard das ist einfach nur ein paar macht's basz 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 so, Ark Angel Knives Edge wieg's wir haben Last Whisper, wir haben VIP Draven und noch Wexboot oder was die beiden anderen sind komisch quatsch Also Archangel würde noch holen, ne, das ist Quatsch. Oh, Healing Reduction, was soll der Geiz? Was soll der Geiz? Hm, dann so oder was? Ach Draven, da hat Draven aber plötzlich die Arme verloren. Bye, have a great time. Hm, da ist ein Geiz, Geiz mit Locker, oh, Debonair, ich hab 5 Debonair, spiel mich das, das ist 200 Leben und 20 AP. Ne, Hörbsteine weggenommen, Geschieber. Oh, ich hab doch schonjenigen Reduction, man, ich hab doch Weakspot, was mach ich denn da, Bremble nehmen müssen. Irgendwas da von hinten. Chase 2, der hat uns hier weggerollt. War und Draven 3. Bitte lass Hunderts drin. Klasse. Gehen wir den Titans oder was? Ja. Seri? Statt Syndra? Habe ich noch Sniper mit Gin? Klasse. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Clockwork kriegt Braum. Irgendwas du willst, Bruder, ich krieg ihn trotzdem. Nee. Die Runde hat er noch mal Glück, die Runde war Leon hat rein und ist drin, aber guck mal jetzt, guck mal, guck mal, wie der jetzt reinkommt. Guck mal, wie der Hallo sagt. Hallo, Motherfucker. Jetzt scheppert es nämlich. Okay, der ist raus, der Draven-Schüler ist raus. Läuft hier ein Draven? Oh, da ist ein Draven. Ein Arkanisten-Draven. Bitte lass mir den. Klasse. Ein Draven noch, Leute. Alles oder nix? Draven 3. Alles oder nix? Daumen drücken. Oh mein Gott! Oh, Jackpot! Leute. Seht ihr da, was ich da sehe? Seht ihr das? Den kennen wir doch. Den haben wir doch schon. Den haben wir noch achtmal. Den kennen wir doch, den guten. Schauen wir mal, was der so kann, der Gude. Ja, schraude mal den Draven. Genau. Schraude mal den Draven. Schraude mal den Draven. Schraude mal den gutem Arschrein. Dann coupé mal den Draven. Ja, schön. Ah, soll da mal der Sehfer. Ist auch okay. Kann ich mitleben. Allow me to show you the true meaning of despair. Jo. In Draven 3, der scheppert da halt schon rein, ne? Der knallt da schon ordentlich rein. Was ist denn hier überhaupt mit dem Echo? Ich glaube, ich habe noch einen Innovator, den habe ich noch rausgenommen. Welchen, welchen zweiten Innovator habe ich noch eben drin, den ich rausgenommen habe? Ich habe es von Anfang an gesagt. Von Anfang an habe ich es gesagt. GG. Das habe ich mit dem ersten Pick, mit dem ersten Karussell, habe ich es euch gesagt. Das ist ein GG. Zack, nämlich. Wurde am Ende aber ein bisschen knapp, aber wir haben es gesagt.